Ich mache mal wie hier drinnen ein neues Dokument, über ein neues File. Ich stelle den 1000 Pixel auf 57 Pixel, das wird wirklich so egal. Create, das ist das Dokument. Und dann nimm mal hier den Interface. Den Interface kannst du relativ sehr ändern, hier über Window. Und dann nimm mal hier Workspace. Und du nimm mal verschiedene Workspaces. Zum Beispiel kann ich nur so eine neue Layout. Und du geseist den Interface ändert. Working Space, also ein Arbeitsumfeld. Hier proposiert Illustrator der verschiedenen Interface, die vielleicht praktisch sind. Für zum Beispiel Layout oder Typografie oder für Internetseiten zu machen. Und so weiter. Den üblichen Workspace wäre aus dem Essential Classic, respektive einfach Essentials. Ich kenne auf Essentials. Da tun wir relativ alles gut kompakt. Und dann nimm mal hier mit unseren Artboard. Das vergleichen wir mit einem Blatt. Also das D-Bereich, wo wir drauf zeichnen. Wir haben hier auf der Linkerseite ein Tools. Das geht vom schwarzen Fäul bis bei den Loop. Und noch die Tools, wo wir hier eine Durchstellung von der Farben, die gerade benutzt gehen. Wir haben eben mal die Farbe von einem Fill. Das ist von einer Flasche. Und hier haben wir die Farbe von einem Umriss. Mit einer Uhr werden Menüen. Den Illustrator-Menü, der das für Präferenzen anzustellen. Du kommst direkt in den Quadrupp zurück. Mit einem Fall, der das selben Importeuren aus der Führung über Fall beobachtest du den Grafik nicht. Hier ist Addit. Addit hießt für Anderen. Das hießt über Addit. Kannst du den Grafische Elemente ändern. Mein Object. Das betrifft auch den Grafische Elemente. Type. Das betrifft alles, was mit Schriften zu tun hat. Es legt uns für über verschiedene Manieren Elemente auszuwählen. Dann haben wir Effekt. Effekt kannst du vergleichen mit Filters in Photoshop. Generell gibst du von Effekten auch froh denn. Außer du kannst nicht gut damit aus. Mit Effekten sind wir ein bisschen Top-Alleu. Da sind wir ein bisschen Effekthascherei. Dann haben wir View. View betrifft auch nicht den Grafik. View ist ein Menü, den erlaubt für verschiedene Sachen anzublenden und auszublenden. Ich gehe mal auf Rulers und Show Rulers. Und ich sage, ich soll ja selbst beikommen. Dazu linealen. Dann haben wir ja noch. Dann haben wir Window. Window wird auch nicht in Grafik beöffnet. Über Window kannst du Dialogboxen abmachen. Die darin erlauben für die Grafische Elemente zu verändern. So, wir wollen das Bild mit Schrift schaffen. Da gebe ich euch auf Type, Charakter. Dann wünsche ich euch neue Dialogboxen. Die man erlaubt für die Schrift eine Menge Grafik zu verändern. Dann wünsche ich euch noch den Help. Die musst du da klärt gehen. Du kannst ja direkt Help positionen. Du kannst auf die Website von Adobe. Dann wünsche ich euch auf dieser Seite noch eine Fenster. Das ist immer Color. Ganz wichtig. Ich werde euch meine Fragen auswählen. Wir müssen hier noch eine Dialogboxen. Das sind Transparency. Stroke. Transform. Also führen. Und hier unten haben wir eine Dialogboxen. Die ganz wichtig ist. Das sind die Layers. Zu den Layers erklären ich euch hier noch mehr. So, das wäre das Interface am Überblick. Du hast echt viel mehr dahinter, als das am ersten Moment ausgesagt. Ich versuche heute die Tools zu erklären. Und dann schauen wir euch hier an.